Florian Silbereisen präsentiert mit Beatrice Aigli Sommerhits im TV. Es ist die Person, die sie lieben. Willkommen in der Promifrengemeinde, rücken Sie die Minderrissensglocke und abonnieren Sie den Kanal. Florian Silbereisen und Beatrice Aigli sorgten für ein buntes Phänomen, als sie gemeißem Sommerhitsvorstätten. Es ist ja, wenn die moderne Jahreszeit vor dem Fenster stürmt, bescheren Sie dem Publikum ein trägastiger Melodien. Florian Silbereisen schafft er mit seiner Türchenführung und seinen vetralen Auftreten im Fernsehen eine freundliche Atmosphäre. Er weiß, wie man eine freundliche Atmosphäre schafft und Menschen dabei hilft, die Spannung des Sommers direkt zu spüren. Und wird sie geliefert mit ihrer süßen Stimme und voll Energie ein Tritt auf, die das Publikum inspirierten. Bei der Kombination dieser beiden geht es nicht nur um Musik, sondern auch um Emotionen und Gefühle, wodurch eine besondere Verbindung entsteht. Jedes Mal, wenn Sie im Fernsehen noch treten, um Sommersvorstestellen, ist das für das Publikum wirklich eine Gelegenheit, in den Raumfröhliche einzutauchen. Die Melodien und Texte begeistern nicht nur die Zuhörer, sondern rufen auch bei jedem Menschen gute Erinnerungen hervor. Außerdem sorgt auch die Tatsache, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli oft in dem Sommerraum eintauchen für ein Betragsgefühl. Sie sind nicht nur Künstler auf der Bühne, sondern auch Begleiter, die jeden Sommer Freunde bringen. Dass sie Sommerhits im Fernsehen präsentieren, hat nicht nur mit Musik zu tun, sondern auch mit Zuneigung. Sie bringen dem Publikum nicht nur lebendige Melodien, sondern auch sommerliche Emotionen. Es wirklich die jahre Zeit, die sie lieben, die jahre Zeit der Liebe und der Musik. Auch die häufigen Begegnungen von den beiden im Fernsehen zeigten von ihrer Liebe und Leidenschaft für Musik. Sie präsentierten nicht nur ihre Sommerhits, sondern schufen auch einen Raum für eine Künstler, um ihre Talente zu präsentieren. Lobenswert sind auch die Professionalität und der Enthusiasismus von den beiden bei der Umsetzung des Programms. Sie sind nicht nur bekannte Gesichter im Fernsehen, sondern auch verantwortungsbewusster. Dies schafft Respekt beim Publikum und der Künstlergemeinschaft und geistert und steigert die Attraktivität und das Röstige der Show. Die Kombination aus Musik, Sommer und Emotionen in der TV-Show und für jeden eine Inspiration geschaffen. Dabei geht es nicht nur darum, die heiße Musik zu genießen, sondern auch die Liebe zu spüren, die Florian Silbereisen und Beatrice Aigli in der Arbeit stecken. Bei diesem Hintergrund ist die Tatsache, dass Florian Silbereisen und Beatrice Aigli ihre Sommerhits im Fernsehen präsentierten, wirklich ein Ereignis, auf das man sich freuen kann und das Liebe durch Musik Sommer zeigt.